Hallo, hello, bonjour from Quito. Vielen Dank an Matthias und Nina für die Gelegenheit, an dieser wirklich spannenden Konferenz hier aus der Ferne mitzuwirken. Sie haben mich gebeten, hier einen kleinen Input zu geben, der einen Bogen spannt vom Leben auf Kosten anderer zu dem, was man heutzutage unter globaler Solidarität verstehen sollte. Wir erleben zurzeit laut UNHCR, laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, die größte Migrationsbewegung in der Geschichte der Menschheit. Im Juni 2017 waren es weltweit 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Das liegt meines Erachtens an einer spezifischen kolonialen Aufteilung von Arbeit und von Natur im globalen Maßstab. Ich sage hier bewusst nicht natürliche Ressourcen, weil ich glaube, dass wir die epistemologische Trennung zwischen Mensch und Natur überwinden müssen und verstehen, dass wir als Menschen Teil von der Natur sind. Die Ursachen dieser Vertreibung sind also meines Erachtens kein Ausnahmezustand, sondern sie entsprechen einer bestimmten Normalität unserer Zeit. Es ist zwar viel von Kriegen und von Naturkatastrophen die Rede, aber einerseits ist Krieg in Ländern wie Afghanistan, Südsudan oder dem Nahen Osten, wo ein Großteil dieser Flüchtenden herkommt, längst Dauerzustand. Und auch menschengemachte Naturkatastrophen werden im Zusammenhang mit Klimawandel immer mehr zur Normalität. Und andererseits flüchten viele Menschen vor den ganz alltäglichen Folgen der Auslagerung der sozialen und ökologischen Kosten dessen, was Ulrich Brandt und Markus wissen, die imperiale Lebensweise genannt haben. Das ist eine Fluchtursache, die wenig spektakulär daherkommt und die auch selten in dieser Interdependenz zwischen dem einen Ort der Welt und dem anderen Ort der Welt benannt wird. Brandt und Wissen nennen diese Lebensweise imperial, weil sie für eine kleine Minderheit der Weltbevölkerung ganz selbstverständlich die Ressourcen und Regenerationskapazitäten des gesamten Planeten beansprucht. Das heißt, auf der einen Seite wird konsumiert und auf der anderen Seite wird zerstört, wird extrahiert. Die imperiale Lebensweise verbindet den geopolitischen Norden und Süden insofern, als sie ein Ideal von erfolgreichem, gutem Leben unter den derzeitigen kapitalistischen Bedingungen darstellt, das heute sowohl im Norden als auch im Süden hegemonial ist, also angestrebt wird. Andererseits markiert sie aber auch gerade die Scheidelinie zwischen Norden und Süden, weil der Wohlstand des Nordens ja historisch gerade auf der Ausplünderung des Südens gewachsen ist. Wenn die imperiale Lebensweise ihre sozialen und ökologischen Kosten, also an weit entfernte Orte im Süden, auslagert, würde die weltweite Ausweitung dieser Lebensweise, wie sie das Versprechen von Entwicklung ja in Aussicht stellt, geradewegs in den sozial-ökologischen Kollaps führen. Es gäbe ja kein Außen mehr, in das die sozialen und ökologischen Kosten verlagert werden könnten. Kapitalismus ist systemisch auf Expansion, Beschleunigung und Intensivierung angewiesen. Das heißt, dass in weiten Teilen des globalen Südens sich die Zerstörung der Lebensgrundlagen, vor allem der ländlichen Bevölkerung, in den letzten Jahrzehnten beschleunigt und intensiviert. Es handelt sich um massive Prozesse der Zerstörung und Zersetzung, die in Westeuropa zumeist weder medial erfasst werden, noch sonst irgendwie wahrgenommen. Sie sind zwar in die Konsumgüter eingeschrieben, die in globalen Wertschöpfungsketten produziert werden, das heißt oft unter ausbeuterischen und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen und mit hohen ökologischen Kosten, aber das ist natürlich für den oder die Konsumentin nicht unmittelbar wahrnehmbar. Unsere Kauflandschaften im Norden sind ästhetisch angenehm gestaltet und suggerieren, der Konsum zum Beispiel von billiger Elektronik, von Autos, von Gadgets, sei eine Selbstverständlichkeit, ja sogar ein Recht und nicht etwa ein Privileg auf Kosten anderer. Die weltweite Standortkonkurrenz im Rahmen der neoliberalen Globalisierung und die Tatsache, dass unsere Gesellschaften rund um Profitmaximierung organisiert sind, treibt die Spirale der Senkung von arbeitsrechtlichen und ökologischen Standards immer weiter nach unten. Und im Ergebnis gibt es heute zum Beispiel in absoluten Zahlen mehr Sklaverei als jemals zuvor in der Geschichte. Ein Bericht gerade vom September von der Internationalen Arbeitsorganisation spricht von 40 Millionen, die unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten, in der Mehrzahl Frauen und Kinder. Landgrabbing, Bergbau, Staudämme, industrielle Monokulturen für Zwecke der Börsenspekulation und für den Export, immer waghalsigere Technologien in der Förderung von fossilen Brennstoffen, systematische Überfischung und Verschmutzung der Meere, als das führt in weiten Teilen von Asien, Afrika und Lateinamerika zu einem Verlust der materiellen Lebensgrundlagen. Wo früher ein Megastaudamm auf einem Fluss gebaut wurde, sind es heute gleich oft Dutzende, entsprechend der Logik von unbegrenztem Wirtschaftswachstum. Es handelt sich also nicht um ein paar territoriale Enklaven, die dem Fortschritt geopfert werden, sondern um die schiere Menge dieser Projekte, die wirklich ganze Regionen und Subkontinente determiniert. Und die aus solchen Projekten resultierenden Vertreibungen werden oft ganz einfach als Landflucht verharmlost. Diese Art von Migration taucht dann in den Statistiken vom UNHCR natürlich gar nicht erst auf. Sie wird eher als normale bzw. unausweichliche Dynamik von Entwicklung und Modernisierung und Fortschritt wahrgenommen. Oder auch einfach bezeichnet. Erst wo Ressourcenkonflikte ganz offen aufbrechen, wird die Vertreibung als solche sichtbar. Die angerichtete Zerstörung hat nicht nur eine massive ökologische Dimension, sie betrifft auch das soziale Gefüge und die kulturellen Zugehörigkeitssysteme, die normalerweise die ethischen Grundsätze des Zusammenlebens vermitteln. In diesen Territorien werden oft all die Rechte und Regeln außer Kraft gesetzt, die wir in Westeuropa als Errungenschaften der Moderne für selbstverständlich halten. Immer mehr Gebiete, wo zum Beispiel illegaler Bergbau betrieben wird, werden zu mafiotisierten Territorien der Schattenökonomie und unterliegen einfach der Kontrolle bewaffneter Banden. Das Recht des Stärkeren ersetzt jegliche Form von demokratischer Entscheidungsfindung und es gibt auch keine Instanz, an die man sich um Hilfe wenden könnte. Das alles wirkt sich natürlich auch auf Subjektivierungsprozesse aus, vor allem der jüngeren Generationen. Man könnte sagen, dass das Menschenbild des Homo Ökonomicus, also dieses auf seinen individuellen Nutzen bedachten rationalen Wirtschaftsakteurs, in diesen Regionen genauso ins Extrem getrieben wird, wie patriarchale Machtverhältnisse und die Zerstörung der Natur. Das führt dann zu Verschiebungen in der Art und Weise, wie Wirklichkeit überhaupt wahrgenommen wird. Welche Gewaltverhältnisse zum Beispiel als normal empfunden werden oder wie dem eigenen Leben Sinn verliehen werden kann. Was erstrebenswert ist, was als Erfolg und was als Scheitern gilt. Und es führt auch zu Verschiebungen, das ist vielleicht das Schlimmste, in der gesellschaftlichen Transformationsenergie, also das, was wir revolutionäre Energie nennen könnten, in Bezug auf die Vorstellung, ob die Welt, in der wir leben, veränderbar ist und welche Richtung sie eigentlich nehmen sollte. Während also die Leute im globalen Norden in ihren Konsumlandschaften betäubt und ohne böse Absicht den besten Schnäppchen hinterherjagen, werden dadurch andernorts auf diesem Planeten die Grundlagen für Reproduktion und Nachhaltigkeit von Leben überhaupt in all seinen Dimensionen vernichtet. Das ist im Norden selbst nur indirekt erfahrbar, abgesehen von einzelnen internationalistischen Kampagnen rund um globale Wertschöpfungsketten, vor allem durch die ankommende Migration. Weil der Norden erscheint natürlich aus der Perspektive des Südens als ein Territorium, wo es sich noch leben lässt. Und für diese Perspektive, wie wir alle wissen, begeben sich tausende jährlich in Lebensgefahr. Die große Politik in Deutschland ist bemüht, Einwanderung einzudämmen und kontrollierbar zu machen. Die antirassistische Bewegung will der entsprechenden Kategorisierung in böse und gute Flüchtlinge, also einerseits politische Flüchtlinge und andererseits nur Wirtschaftsflüchtlinge, entgegenwirken und tritt grundsätzlich für das Recht auf Migration und Bewegungsfreiheit ein. Und klar, tatsächlich ist der Übergang zwischen einer Flucht aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Gründen von Konflikt und Verfolgung sehr fließend. Eine zentrale Forderung der antirassistischen Bewegung ist die nach offenen Grenzen und Bewegungsfreiheit für alle. Und das ist meines Erachtens eine notwendige, aber keine hinreichende Forderung, weil sie setzt einem Symptom an, dessen Ursache sie aber nicht in den Blick nimmt. Das Recht auf Migration wird ja in den meisten Fällen erst dann in Anspruch genommen, wenn das Leben am Herkunftsort keine Perspektive mehr hat. Und wie steht es, frage ich, um das Recht, im eigenen territorialen und kulturellen Kontext weiterleben zu dürfen, dem Recht darauf nicht zu migrieren. Die Diskussion um Fluchtursachen, die heutzutage in Deutschland vor allem von etablierten Akteuren geführt wird, benennt meist Entwicklungshilfe als Mittel zu deren Bekämpfung. Es ist aber nicht nur so, dass die Kollaboration beim frühzeitigen Abfangen von Migrationsbewegungen zur Bedingung für diese Entwicklungshilfe gemacht wird, mehr und mehr. Sondern Entwicklungshilfe an sich ist heute vor allem ein Vehikel zur Erschließung neuer Märkte für Technologien und industrielle Erzeugnisse aus dem Norden und zur Expansion genau dieser kapitalistischen, imperialen Lebensweise. Das heißt, sie verstärkt das Problem, anstatt es zu bekämpfen. Meines Erachtens muss eine kritische linke Perspektive auf Flucht und Migration nicht nur die Solidarität gegenüber dem geopolitischen Süden ernst nehmen, sondern auch die Verpflichtung, gegenüber zukünftigen Generationen wirklich Nachhaltigkeit herzustellen. Das erfordert aber einen umfassenden Paradigmenwechsel in Bezug auf die Vorstellung von einem guten und erfolgreichen Leben, die heute hegemonial ist. Die suggeriert nämlich, dass das Leben in der westlichen Welt die höchste Entwicklungsstufe der menschlichen Zivilisation darstellt, von der ausgehend es nur noch Dinge zu verlieren gibt. Sie suggeriert auch, dass Zufriedenheit unweigerlich mit Massenkonsum und der Anhäufung materieller Güter zusammenhängt und dass andere, weniger kapitalistisch strukturierte Lebensweisen, die auf anderen Weltanschauungen basieren, auf dem linearen Pfad der Geschichte notgedrungen rückständig und unterentwickelt sind. Diese problematischen Vorstellungen sind der Nährboden für Wohlstandschauvinismus und Rassismus. Sie sind dafür verantwortlich, dass antirassistische Kämpfe sich scheinbar immer gegen die Interessen der Menschen im geopolitischen Norden richten, die, wenn man dieser Logik folgt, ja durch mehr Einwanderung auf Privilegien und auf Lebensqualität verzichten müssten. Das, würde ich sagen, ist aber gar nicht so. Denn die hegemoniale Erzählung rund um Fortschritt, Modernisierung, Wachstum und Entwicklung macht gleichzeitig eine ganze Reihe von Entbehrungen unsichtbar, die die Lebensqualität im Norden eigentlich massiv beeinträchtigen. Zum Beispiel Vereinzelung und Einsamkeit, Mangel an Gemeinschaft durch den Zwang zur ständigen Kompetitivität, die konstante Beschleunigung des Alltags, die massiv zu Stress und Burnouts führt, das Auftreten von Existenz- und Zukunftsängsten und psychischen Krankheiten und eine materielle Saturation, die aber nie zur Befriedigung führt. Der Schlüssel zur globalen Solidarität liegt meines Erachtens nach in der Verbindung antirassistischer Kämpfe um Migration mit solchen für ein anderes, weniger entfremdetes, weniger beschleunigtes und weniger individualisiertes Leben. Kämpfe wie die Postwachstumsbewegung oder die öko-feministische Bewegung entziehen Wohlstands-chauvinismus und Abstiegsängsten im Norden insofern die Grundlage, als sie anzweifeln, dass das, was in Westeuropa standardmäßig existiert, wirklich ein gutes Leben ist. Solidarität mit dem Süden heißt heutzutage nicht, dem Süden materielle Hilfe zukommen zu lassen oder mit guten Intentionen dahin zu fahren, um zu helfen, sondern Solidarität mit dem Süden sollte heißen, sich für eine Veränderung im Norden einzusetzen. Die Selbstverständlichkeit des Massenkonsums genauso infrage zu stellen wie die neokolonialen Strukturen der globalisierten Weltwirtschaft. Darum zu kämpfen, dass transnationale Konzerne gezwungen werden, Menschenrechte und ethische Grundsätze über den Grundsatz der Rendite zu stellen. Solidarität mit dem Süden heißt auch, solche Vorstellungen von einem guten Leben stark zu machen, die nicht um Geld und materielle Akkumulation kreisen, die die Qualität von Beziehungen, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, die Erfahrung von Lebenssinn und von Handlungsmacht, von Harmonie im Zusammenhang mit der eigenen menschlichen und nicht-menschlichen Umgebung in den Mittelpunkt stellen. Und es heißt auch anzuerkennen, dass Lebensweisen aus dem Süden, die zum Teil auf Selbstversorgung basieren und stringent nachhaltig sind, die Reichtum nicht anhäufen, sondern umverteilen, dass solche Lebensweisen nicht rückständig sind, sondern im Gegenteil uns in der heutigen Welt eher die Richtung weisen. Bewegungen wie Degrowth oder auch die Bewegung rund um Commons, also rund um die Herstellung von immer mehr Räumen und Gemeinschaftsgütern, die sich der kapitalistischen Marktlogik entziehen, vermögen es an Kämpfen um Postextraktivismus und Postdevelopment im globalen Süden direkt anzuknüpfen. Sie eröffnen eine Perspektive, in der im Norden und im Süden gemeinsam an der Überwindung der Hegemonie der imperialen Lebensweise gearbeitet wird. Mit solchen Ansätzen wird Verantwortung für imperiale Alltagspraktiken übernommen und an den Fluchtursachen angesetzt, sowie auch an den Ursachen der globalen ökologischen Krise. Und nicht zuletzt eröffnen sie eben für die Menschen im Norden eine Perspektive auf Transformation, bei der sie nicht verlieren, sondern im Gegenteil an Lebensqualität dazugewinnen können. Wenn wir wollen, dass Transformation demokratisch vonstatten geht, brauchen wir ja notgedrungen Mehrheiten, die sich mit Appellen zum Verzicht nur schwer herstellen lassen, aber vielleicht durch die emanzipatorische und befriedigende Erfahrung von Gemeinschaft. Vielen Dank. Tschüss.